Sundarananda Asana Die Stellung des Yogameisters Sundarananda. Vivian zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist Padahastasana, also die stehende Vorwärtsbeuge. Von hier ausgehend hebst du ein Bein hoch, so hoch wie du kannst, sodass du praktisch im senkrechten Spagat bist. Diese Stellung dehnt den Oberschenkel, dehnt das Gesäß, Kniekehle und Wade. Ist eine gute Gleichgewichtsübung und ziemlich herausfordernd, gerade wenn du sie etwas länger halten willst. Sundarananda Asana wird auch genannt. Die stehende Vorwärtsbeuge mit einem Bein in der Luft, die stehende Spagatstellung. Sundarananda war einer der 18 Siddhas, einer der 18 Weisen der tamilischen Siddha-Medizin. Sundarananda kommt vielleicht von Sundara, das heißt schön, dann gibt es auch noch Ananda, das heißt Freude. Also ein Meister, der Schönheit und Freude gelebt hat. Mehr Informationen über alle 18 tamilischen Siddha-Heiligen wie auch zu mehreren tausend Asanas im großen Yoga-Lexikon wiki.yoga-vidya.de Ananda Daniel